Die Wiener Symphoniker jüngst die Seele der Bregenzer Festspiele. Sie werden morgen unter der Leitung von Enrique Mazzola auch in Joaquin Rossinis Moses in Ägypten spielen. Neben dem bekannten biblischen Stoff, dem Exodus, geht es auch um eine Liebesgeschichte zwischen Osiride und El Chia. Hier sind Clarissa Costanzo und Saniboy Gladla. Die Wiener Symphoniker 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 Die Wiener Symphoniker